Ich glaube, ich muss mich noch ein bisschen mehr mit diesen Klassen beschäftigen. Ich finde es krass, dass die Friendly Fire eingebaut haben. Ja, ich habe gedacht, ich war eben schon von einem verfolgt worden. Und wo ich dich dann gesehen habe, ich habe deinen Namen auch ja nicht genannt. Ja, ich habe dich total absichtlich... Brudermord nenne ich das, Peter. Brudermord. Ich nehme diesmal Feuer mit rein, anstatt Blödsinn. In meinem letzten Leben bin ich um diese Ecke gerannt und dann schießt du eine Giftkugel auf mich und killst mich einfach, ey. Brudermord. Romulus. Wann hat Remus Romulus getötet? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Was macht dieser Behemoth Belt? Oh. Welchen Gürtel meintest du nochmal, der so gut ist? Habe ich wieder vergessen. Belt of the Unique Study of Stone and Wind, Fire and Frost, Lightning and Toxic, Regeneration, Constitutional, Speed, Ring... Armord, Armord! Warte. Urlaub. Oh, Karte! Ja, hier, Increases hier am Maximum Armor bei 100. Hier? Bei Whitgrave? Bei dem? Ja, komm, wir warten. Ich sehe es nicht. Ach, hier. Oh Gott. Ich sehe es nicht direkt in die große Burg. Jo. Also, Armor Belt, der ist sehr gut. Ich gehe hinten links hin. Von da aus, wo wir gestartet sind. Oh, da landen zwei andere in der Burg. Da landen zwei andere in der Burg. Ich drifte schon ab. Ich auch. In der Burg gelandet? Ja. Nee. Ja. Ich auch. Ich nicht, ich bin außerhalb. Toll. Lass sie schnell finden, da hinten ist sie ein. Toll, da finde ich jetzt natürlich Lightning. Ist schon jemand am Kämpfen hier? Ich war schon gerade am Kämpfen, ja. Fuck. Fuck. Das heißt, fuck. Du lebst noch. Ich werde, ich werde angegriffen. Ich baume. Ja, Ben down. Ich bin auf dem Weg. Aber ich bin gerade sehr langsam. Aber du bist wieder da, ne? Einmal, ja, wegen der Feuerskillung. Wo ist der hin? Hier. Der ist hier. Bei mir. Da wäre noch ein zweiter, ne? Ich habe auch keine Tränke jetzt mehr. Wo ist der? Da drin. Burgtor links. Warte. Oh, fuck. Fuck. Ich habe auch kein Handschuh mehr. Echt? Sehr gut. Das ist ja noch zweiter, ne? Der ist jetzt in dem Turm hinten recht, wo ich hingeschossen habe. Da, wo meine Blitze gerade im Endeffekt sind. Scheiße, jetzt finde ich keinen Feuerhandschuh. Keinen einzigen. Da oben ist der im Turm. Der war in dem Turm. Der ist jetzt bestimmt irgendwo irgendwo anders. Im Südwesten höre ich auf jeden Fall weitere Schüsse. Da unten läuft einer, ja. Der haut gerade ab. Okay, dann erstmal Lied besorgen. Da ist er, da ist er. Ich habe ihn noch getroffen. Der kommt wieder. Da kommen andere noch. Lena, Vorsicht. Ja, ja. Bei dir ist er Lena, oder wo? Ja, man kann die von hier oben sehen. Die haben sie aber gerade beschossen. Die schießen immer noch auf sie. Ich habe auf jeden Fall genug Leben. 125. Da hinten. Warum geht denn das hier nicht mit Doppelklick? Das wäre schöner. Weil die Gegner sehe ich jetzt nicht mehr. Ich habe nur gesehen, wo das Eis herkam. Die sind abgehauen. Da hinten, da hinten. Ja, ich habe einen getroffen. Ja, oh fuck. Die sind in der anderen Burg. Ja. Die sind in der anderen Burg. Sind sie in dem Tal oder in der Burg? Da vorne. Na, die sind in der kleinen Burg da vorne. Aber ich finde, das ist viel. Ach, von hier oben ist eigentlich echt gut. Die zu treffen. Das Schöne ist, wir sind halt mit einem Rücken an Kreis. Das heißt, von hinten sollte erstmal keiner kommen. Ja. Es sei denn, die müssen jetzt schnell rein. Alter, Alter. Oh, wow, wow, wow. Der Blitz. Oh Gott, ich habe mich erschrocken. Ich habe mich voll erschrocken. Alter. Wer war das? Wer war das mit dem Blitz? Patrick hat mich angegriffen oder irgendwie? Ich stand auf einmal hinter ihr und sie kriegt mich. Hilfe, 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 hinter dir, hinter dir, hinter dir, Peter. Vor allem, du sagst noch, da von hinten dürfte erstmal nichts passieren. Ich komme. Ich exile. Ich hatte, du bist down. Da oben ist noch einer aufs Berg. hier ist ein epic stone möchte jemand haben jetzt gerade sind wir ganz gut sollte man vielleicht nicht sagen so ab in die mitte oder ja ich brauche noch mal einen besseren feuerhandschuh vielleicht ist in der burg ein paar tränke sollen wir in die burg hier gehen wo ich gerade hingucke guck mal die da weil die im kreis ist ja die ist im kreis weil ich brauche tränke ich habe gar nichts mehr hast du den epic stone hatte den jemand genommen das brauchst du für einen trank philip ja hier liegen vier stück kleine ich wollte ich habe gar keine dränke mehr deswegen wollte ich welche mitnehmen so ich dachte du brauchst was zum auffüllen hier oben liegt auch noch ammo kämpfen oder ja gekommen hier vorne komm mal über den see ja und drüben bei der anderen burg die noch im kreis ist sind auch welche die schießen auch eigentlich muss ich in nahkampf ich habe so ein shotgun bild gerade wo ist denn der hin der kommt bestimmt gleich von hinten der hinter dir hab sie down ja exile oh fuck hier noch schaden von ihrem gift tränke da war noch mindestens ein weiterer ja der ist ja auch irgendwo noch links also richtung peter ich bin hier ich bin hier oben mit zwei Aber da war ich schon am fliegen. Hinter mir ist einer her, hinter mir ist einer her, Patrick. Ich werde, ja, ich werde. Nee, es sind mehrere. Ja, er ist down, er ist down, er ist down. Er lebt noch. Er lebt noch. Da ist noch einer. Philipp, kannst du hier um die Ecke kommen? Ich belebe dich. Danke. Willst du mir was trinken? Ja. Ich habe hier noch einen. Ja, ich weiß. Komm durch die Doppel. Aber ich muss gerade trinken. Ich habe ihn down, ich habe ihn down. Da ist noch was. Oder warst du das letzte auch noch? Das war ich, da war noch. Hier ist ein Legendary Wind Gauntlet und ein Behemoth-Gürtel. Alter, oh Gott, da bin ich erschrocken. Peter, das warst du. Sorry. Alles gut. Einfach draufhauen. Hier sind wichtig, braucht jemand Wind oder? Ich brauche Feuer. Ah ne. Da ist nur ein Behemoth-Gürtel, wenn einer braucht. Ich habe einen Gürtel schon an. Ich habe den Lebensgürtel. Dann probiere ich den mal an. Boah, die haben aber auch mich nicht gesehen. Ich habe die beide von hinten platt gemacht, weil die sich auf euch konzentriert haben. Wir müssen gleich wieder in den Kreis. Nur so zur Info. Jo. Ja, ja. Hier sind Tränke für Rüstung. Bei dir? Ja. Ich komme. Ich habe nämlich gar keine Tränke mehr. Sorcery Cooldown Amulett. Hier ist ein Cooldown Amulett. Cooldown Amulett bei mir. Das ist ziemlich gut. Moment, ich brauche erstmal Tränke. Hier liegt auch noch ein kleiner Armor. Warte, was ist hier? Ein Armor liegt da. Ja, ein Toter. Ein Pfeil und Bogen. Ja, ich bin hier, Peter. Ja. Danke. Da kommt einer aus unsere Burg zu. Auf unsere Burg. Ja, ist er als unsere. Ist das nur einer oder ist es mehr? Ich glaube, das ist nur einer. Was ist denn jetzt los? Ich höre die Computerstimmen. Peter, heilst du? Nein, das ist alles. Ja. Unter uns sehe ich gerade keinen. Der ist gerade im Werken. Der Zirkel kommt hinter euch. Der ist hier unten, wo ich gerade hingucke, hinter der Mauer. Irgendwo. Oh, da schießt er. Ich habe mich gesehen. Da rechts. Da oben. Da. Ja, wo ist er denn? Felix, ich gehe nicht so weit weg. Ich komme zurück. Ja, ich dachte, der ist noch hier. Ich wollte mich anschauen. Einmal diese Unsichtbarkeitsruhne. Die kämpfen da. Ja. Wir müssen weiter in den Zirkel rein. Der ist vor mir. Der Typ ist vor mir. Oben wieder auf dem Hügel, wo er eben cut war. Da kommen auch noch welche. 13 Sekunden noch. Geh bei mir. Geh bei mir. Der Kreis schließt sich. Kommt rein. Ja, der war alleine, aber zumindest schon mal ausgeschaltet. Ja, sehr gut. Oh, Sam hat hier hinter mir hart gefurzt, ey. Der ist auch ganz nervös. Hinter euch, hinter euch. Kommt einer. Komm schon. Oben. Pack, pack, pack. Oben auch noch einer. Oben auch noch einer auf dem Hügel. Ich habe sie. Nee, nee, hier ist noch einer. Noch einer. Exile. Der kommt. Das ist noch mehr. Hinter mir auch. Bei mir. Scheiße, ich bin down. Ist abgehauen. Brennt. Brennt recht. Läuft Richtung Nordosten. Und da ist noch einer. Noch einer. Fuck, ich bin auch down. Ich muss mal heilen. Ich habe beide. Sehr gut. Der eine hat sich wiederbelebt. Von selbst. Helft mir. Ich bin fast down. 2 Sekunden. Ich kann nichts machen. Ich bin fast down. Ich werde verfolgt. Wie soll ich in den Handeln? 2 Sekunden, 1 Sekunde weg. Ah fuck, ich habe nicht gerade. Ich bin wieder down. Hinter uns doch. Nee, da oben. Ich muss erst mal trinken. Ich kann nichts machen sonst. Ich muss auch noch was trinken. Ja, macht ihr mal jetzt. Oh, ich habe diesmal 3 gekillt. Das ist übrigens der letzte Gegner. Der da noch ist. Der vorletzte. Da kommt. 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 Ja. Mach dich unsichtbar, genau. Der Kreis kommt. Ja. Hab einen down. Ja. Da ist der andere. Ist dahinter. Ja. Fuck, 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 fuck. Du kommst da nicht hoch, Peter. Scheiße. Was ist denn das für ein Müll? Oh mein Gott, der Kreis ist so klein. Komm, 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 komm. Ja, ich muss jetzt nicht mehr in die Scheiße gehen. Down. Yes. Ihr beiden seid die letzten. Juhu. Hier, ich habe die Leder. Wir haben auch gewonnen. Baby, steht auf Victory. Ja, klar. Wir sind ja auch ein Team. Ah, nice. Ich habe schon vier ge-exiled. Wie viel? Vier habe ich diesmal. Ich habe drei. Ich auch drei. Was war eine gute Runde, ey. Was steht denn das eigentlich? Da steht immer exiled. Über den XP am Ende. Ein oder zwei. Nee, egal. Wir haben elf oder zwölf Stück dann. Boah, das war eine gute Runde, ey. Ja. Besonders das Ende. Zwei Leute noch mitgenommen, jawohl. Boah, ey. Das war echt episch, das Ende. Das war echt episch, das Ende.